Jeder Mensch ist einzigartig und wunderbar. Sein Leben, seine Würde und seine Gesundheit sind sein höchstes Gut. Die moderne Pharmazie ist vielschichtig und komplex. Ein großer Schatz mit einer Vielzahl von Vorsorge- und Therapiemöglichkeiten. Unser Anspruch ist zugleich unser Ansporn, an Bewährtem festzuhalten, uns aber auch neuen Entwicklungen zu öffnen und vor allem dem Menschen in seinem wichtigsten Bedürfnis, seiner Gesundheit, zu dienen. Daraus ergibt sich für uns ein verantwortungsvoller Auftrag. Aber genau deswegen lieben wir ja unseren Beruf. Dazu gehört, unseren Kunden in allen Lebenslagen als Partner zur Seite zu stehen, wirklich gut zuzuhören, um sie dann optimal zu beraten. In enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit Ärzten, Kliniken, Pflegeheimen, Pflegediensten und als Partner in Gesundheitsnetzwerken wollen wir stets die optimale Versorgung unserer Kunden sicherstellen. Wir kennen unsere Kunden und genau diese Qualität ist unser Rezept. Persönlich, so nah und so gut. Und das ist unserler und Bet dabei ist unser Konzent Definitely für uns Bye. Untertitelung des ZDF, 2020